Die, 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 die Ego. Was? Nee! Hallo? Nee, wollen wir nichts machen. Ich hätte gerne diese Ego-Perspektive, also so wurde dann halt... Pam! So. Jetzt müssen wir... Boah, die gehen richtig... Die gehen weg wie nix, wie war mit Semmeln. Na her, Junge. Und... Pam! Nice. Brauche ich hier noch? Musik, Geldgräber. Noch ein Geldgräber hier? Geldgräber, wo seid ihr? Ist hier noch ein Geldgräber? Ja. Komm mal her! Boah, die waren weg. Boah. So, richtig rein. Na. Und tschüss. Bleib blieben. Hab ich gesagt. So. Nee, ich hab jetzt keine Zeit für euch. Ich hab keine Zeit für euch. Die rennen wir hinterher. Ätzend. Na her. Okay, haben sie sich beruhigt. Ich werde bis zu meinem letzten Atemzug nicht rasten. Für meine Familie, Freunde und die zukünftigen Einwohner dieses Landes. Das ist echt schön gemacht. Also es ist echt hübsch. Jetzt geht es. Ganz komisch. So, das wollen wir mal sehen erst mal. Das weiß ich nicht genau. So, das haben wir alles erledigt. Ach, das ist überhaupt nicht so gewesen. Scheiße. Naja, egal. Passiert. Das haben wir auch gemacht. Ja. So, da geht es wieder besser. Das ist meine erste richtige Schlacht. Hoffentlich läuft es gut. Oh, das ist meine erste richtige Schlacht. Ah, der kommt zu mir. Das haben wir auch erledigt. Halt, das müssen wir nochmal. Ja, okay. Ja, das ist bestätigt. Ähm. Werden wir jetzt hin? Da, komm. Wir machen noch eine Nebenquiz. Weil wir brauchen das Level. Wir brauchen die Punkte. Ähm. Weil sie auch relativ einfach sind. Die Nebenquiz. Das ist echt nice. Das ist eine easy Sache. Weißt du? Easy Sache. Gein Problem. So. Ja. Gibt viel zu tun. Mach mal. Oh, 4000. Ähm. Wie viele Punkte habe ich denn jetzt eigentlich hier? Steht das irgendwie jetzt? Hier steht... Ach, hier unten steht das. Ach, guck mal. 8000. 80.000. Okay, guck mal. Also, okay. Ähm. Äh. Muss ich jetzt machen. Drücke E. Warte mal. Erst mal absteigen. Ups. Ne, hä? Tra... Kappe und erhöhe die Abenteuer. Hilfe. Hä? Hä? Okay. Und jetzt. Hm. Lustig. Steine Treppen. Jo, und jetzt. Ne. Wie kann ich nicht absitzen? Hä? Tappe. Tappe. Ne, wie kann ich den Stein absitzen? Das war doch mit E nicht hin. So, und... Ah, das war's oder was? Easy. Das war ja einfach. Tö, Tö, Tö. Tö. Bekomme ich, hab ich jetzt... Na. Hm. Und jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Da hin. Perfekt. Tö. So, müssen wir wieder hier langlaufen. So, falsche Richtung. Nice. Geil, Alter. Tschung. Schön. Ding, ding. So lustig mit dem Radar. Oh, wir sind hier. Die richtige Stadt, Alter. Oh, schön. Schön gemacht. Feuer. Los. Achtung. Du hast Prinz Tyrene gerettet, was? Dein Ruf eilt dir voran. Geil, das kann man jetzt sehen, wenn man möchte. Negativ oder böse? Ha, pass mal auf. Er macht sich auch Sorgen um das Training. Seine Majestät kümmert sich wirklich um sein Volk. Nicht wahr. Dennoch bin ich etwas enttäuscht, dass er den guten alten Mark geschützt hat. Das Training ist bereits abgeschlossen. Das einzigste Problem ist der Immoral. Es gibt nichts besseres als Musik, um die Soldaten aufzuheitern. Das stimmt, aber ich habe immer noch Ton von diesem Malar gehört, obwohl ich ihn schon vor Ewigkeiten gesagt habe, er soll Musik spielen. Du, tut mir leid, aber könntest du nach Malar sehen? Es ist der Kerl dort unten. Ja, na klar, mach mal. Hol euch die Musikkerle an. Der Kerl da unten. Ja, komm mal her, Malar. Wer bist du? Warum wolltest du mir in den Hintern treten? Ich habe Halsschmerzen, deshalb kann ich nicht Trompete spielen. Ich bin stark erkältet. Junge, dann trink mal Schnaps. Ich gehört, dass Silberbötchen besonders... Was? Silberbrunschblätter besonders effektiv sein sollen. Warum sie sie mir nicht selber geholt haben? Ich wollte faul sein, ähm, äh, sei still und hol mir einfach diese Kräuter. Ich wollte faul sein, nice. Ich wollte die Kräuter, mein Trinster. Kräuter unterwegs. Ja, wir haben doch schon Kräuter. Easy. Zurück. Kräuter, Kräuter, Kräuter. Alles schon. Mein Scheiß ist ein bisschen sehr... Nun, das fühlt sich schon etwas besser an. Ja, dann nimmt dein Schall. Kennst du das Lied der Tapferkeit? Nee. Da-da-da-da-da-da. Wow, schön. oh schön so eine hallo nun wie hat hat wie hat es dir gefallen wenn er ist dir gefallen hat war warum lernst du es nicht selber der stolz und das lied der tapferkeit und dann die tapfer was muss ich es dann machen drücke im winter öffnet ein richter auf das lied der tapferkeit die der tapferkeit melde dich bei melde dich bei mike oder mark oder wie der heißt ich konnte die soldaten bis hierher so schön gute arbeit ich wusste es mal faulenzen würde ich sollte ihm bald mal die lewitt lesen prinz train befindet sich in den außenposten könntest du ihnen berichten dass die training abgeschlossen ist ja aber natürlich so wenn wir immerhin rein mein guter es ist auf jeden fall abwechslungsreich man muss zwar bringt das dahinten lustig man muss zwar viele bequests wiederholen sich teilweise muss das bringt das in dies aber geschichtlich gesehen ist das jetzt ja es macht auf jeden fall mehr spaß mark ist wirklich großartig ich hätte das in so kurzer zeit nicht geschafft okay das hättest du nicht geschafft es wäre mir möglich gewesen alle dass ich was alle das in so kurzer zeit zu herstellen ich muss noch so viel und ich um mich herum mich herum lernen was von jedem ihnen was für deutsch okay schlecht übersetzt leute es läuft damit sich auch was damit sich auch du und peter gemeint ich kann euch beide gar nicht genug für alle eure hilfe also deutsch manchmal ist manchmal sehr fraglich hier mit übersetzung und da ich würde er dann englisch dann bevorzugen also wenn ihr anfangen sollte mit dem spiel nimmt englisch also wenn englisch sprechen könnte höchst klar wir werden die nachwuchs nach lakbar bringen und werden wir uns mit den rest unserer truppen zusammen schließen wir stürmen stünden tief in unserer schuld wenn du und partner uns begleiten könnten das dort eine wunderschöne sehen es ist die reise wirklich wert okay machen wir doch wohin dein okay so müssen wir mal runter flitzen hallo freunde wo ist das hier eigentlich ist das irgendeine benötigung was ich nicht ganz verstehe ist warum diese monster keine bedeutung haben also keine keine spielbescheidung bringen also musst du nicht töten du musst damit gar nichts machen habe ich das gefühl ganz komisch warum vielleicht kommt das noch erst so müssen wir jetzt hin da langlaufen ich will mal kurz was wissen auf die web wir sind also immer noch in diesen was ist das ein den gott regellos gewinnt kloster handwerksfähigkeiten also spielt sich das jetzt hier nur hier in diesem bereich oder ist das alles noch ein abenteuer oder sind das jetzt ist das jetzt nur das land das sind dann andere fraktionen die dann auch anfangen jeder muss und konnten spielen das ist die frage weltkarte oder kann ich hier auch hinreisen das ist die frage sammeln 50 öffnungszeit immer pvp ist das ok du musst ist ok ok also ich musste mal gucken wie groß diese ist riesig also ist gewaltig ja ich bin hier aber er brach zum dorf legbar auf als er hörte dass eine armee im anmarsch ist die truppen die die außenpost bewachen sind auch mit ihnen gegangen dieser nette herr informiert uns über diese anrücken der armee ob ich die namen richtig ausspricht leute tut mir völlig beleid aber das ist nicht seltsame namen ich könnte ihn zwar notdürftig versorgen aber die wunden die die er erlitt hat hat was bedürfen lang und intensiver war pflege also irgendwie naja deutsch naja ich werde jetzt auch zum dorf aufbrechen bitte kümmert sich gut um wird und will seine und wenn sie seine bandagen bandagen kommen wenn sich seine atmung stabilisiert ok hatte arme schickt ich vielen dank ja bitteschön bitte bitte so freunde du erkennst sicher meine rüstung diese alte soldat hat gekämpft das einst in den truppen von regent schiericht als ein großes mitglied der kürtlichen armee folge ich einfach den fehlen auch wenn es mir jedes mal schwer fällt schwer fiel so ich konnte ich musste konnte konzertifizieren und schuldige verhaften ich musste sogar zu sehen wie einige von ihnen starben darum entschied ich mich 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 hierhin zu ergeben aber wie du siehst hat die verantwortlichen körper nicht gegeben ohr alter bohr junge du du bist mir aber leid junge so muss ich jetzt hin das ist das hier unten es gibt ok also er ist ein hafen das ist ja mal nice freunde was muss ich tun aber klar doch das lasse ich mir doch nicht entgehen das ist echt gut gemacht das gefällt mir richtig gut das könnten echt mehrere machen und das ist echt richtig gut gemacht da ist nicht also die spielmechanik ist top es ist es funktioniert alles hervorragend bis jetzt es ist sehr sehr ausgeglichen also die monste sind jetzt nicht zu schwer ist also für wirklich für anfänger die von emma ist gar keine ahnung haben eine wirklich sehr sehr gut als einstieg in diese emma welt also wer wirklich keine ahnung hat und wer wirklich erfolge erzielen will schnell erfolge soll das spiel das ist auch kostenlos und ja natürlich aber na klar auch diese schlachten sind mega geil sehr gut inszeniert sehr gut gemacht diese szenarios also und es ist echt super schön und ja was muss ich denn jetzt machen ah ok schaut dich um das ist wirklich schön dargestellt das ist echt niedlich gemacht auch die häuser sind verteilt schön die bäume wackeln also es ist nicht statisch oder so es ist sehr schön gemacht es ist schon viel zu lange her wer da drin ist dass eure armee ihr denkt doch nicht wirklich daran diesen pöbel gegen fürst schericht einzusetzen oder der ton gehört seinem recht mäßigen besitzer und meine spioner berichten mir dass sie noch nicht einmal den bezwinger aktivieren konnte es wird zeit da schwer zu strecken diese bande aufzulösen und um gnade zu flehen ich glaube nicht dann lassen wir euch vielleicht am leben wenn schericht ihn so dringend will kann er gerne kommen und ihn sich holen tapfere aber törichte worte junger prinz das wirst du bereuen junge lasst ihn gehen wir töten keine boten selbst wenn sie unhöflich sind ja 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 jetzt sind wir nicht dieser prinz Was soll ich jetzt hier mal machen? Achso. Oh, gut. Du bist sicher angekommen. Was der Prinz angeht, er scheint zum See gegangen zu sein. Ich bin etwas besorgt, er sah so bedrückt aus. Unsinn. Der braucht mal ein bisschen Bier. Der hilft alles mit Bier und Alkohol. Das hilft gegen alles. Das erstickt die Sorgen und er geht richtig gut. Entschuldigung. Der Bezwinger ist ein Erbstück der lutheranischen Dynastie. Er soll leuchten, wenn er vom rechtmäßigen Thronerben gehalten wird. Hm, leuchten bitte aber nicht. So haben meine Vorfahren bewiesen, dass sie des königlichen Titels würdig sind. Daher will Scherich den Bezwinger für sich selbst beanspruchen. Aber er zeigt nicht mal das kleinste Flackern in meinen Händen. Was sagt das über mich? Hm, das ist die Frage jetzt. Das ist die Frage. Ist wirklich traurig ein bisschen. So, dann werden wir mal da hingehen. Komm, muss ich jetzt machen. Okay, jetzt muss ich hier eingeben. Das ist natürlich Ermutigung. Ups, bin ich denn bescheuert? Was ist denn da los? Hä? Ermutigen. Gerne. Ups. Hallo, Freunde, ich bin hier. Versuchst du mich aufzumuntern? Natürlich. Keine Sorge. Darüber komme ich schon hinweg. Diesen Krieg zu gewinnen ist gerade alles, was zählt. Ich kann später meinen Wert unter Beweis stellen. Herr, wir werden angegriffen. Oh, ich bin schon bereit. Die Truppen des Regenten sind hier. Gehen wir. Ja, ich komm mit. Ich will mitwitzeln. Alle für mich. Keiner. Gehört was an. Junge, los mit dir. Wir müssen los. Komm, es brennt. Los, 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 los. Ich komme, Freunde. Ich höre schon die Kampfschreie. Ja, Freunde. Es geht so. Guck mal. So macht das Papa. Und hier. Und Pam. Ciao. So. Ihr macht das schon. Zwei gegen eins. Das ist ziemlich ungerecht. Oh, da unten sind wir viel mehr. Komm her. Pam. Pam. Hey. Ciao. Wir hier, hier. Boah. Ja, erstaunt er, he? Ja, so muss das sein. Und Pam. Ja. Ja. Ja, Freunde. Oh, schön. Hier mal schön drauf. Auch viel. Ei. Oder irgendwie. Ja. Das schmeckt mir. Verschont mein Leben. Eure Hoheit. Ich. Äh. Aber nur. Ich habe nur Befehle befolgt. Befehle befolgt? Habt ihr das wirklich gerade gesagt? Unschuldige Dorfbewohner sind durch euch gestorben. Traurig. Habt ihr keinen eigenen Willen? Kennt ihr nicht den Unterschied zwischen Recht und Unrecht? Eine Schande. Lieber. Du bist kein wahrer Ritter Luteras. Lieber. Du bist für diese Gräueltaten verantwortlich. Und du wirst dafür zur Rechenschaft gezogen. Bringt ihn weg. Ein Hörer Lutera. Du verdienst es. Du verdienst es. Hörer Lutera. Hörer Lutera. Hörer Lutera. Hörer Lutera. Alter. Heftig, oder? Richtig heftig. Der hat aber richtig fertig gemacht. Ich hätte gerne noch mehr Platz gemacht. Aber leider. Sind die Gerüchte wahr? natürlich ach guck mal, ist die Stadt da, oh das ist schön wir gucken was es für Waffen gibt 30 ok ja nicht so nicht so meins was ist das jetzt hier? hä, jetzt kann ich den da haben Angel abbauen von das ok, das ist, also jetzt wird es aber, ah jetzt kann ich wahrscheinlich die Schmiede machen und das ist Kleidung hier oder was wer kommen ah ok anfrage, ne ok, Herstellung ok ich auch nicht, liebe gute Frau aber was ich nicht verstehe ist, dass Briefkasten was ist das? ne, das will ich aber nicht verlassen ne unsinn, ich bin da oder hält sie es da lass den Kopf nicht im im Saal stecken das ist ja ziemlich interessant das sind Tränke hier aber das ist interessant wenn ich jetzt überall so ne so ne, so ne Schaufel kaufe ah, ist schon teuer ich weiß halt nicht, was ich damit machen soll kann man sowas kaufen überlege ich gerade nen Schmied haben wir auch aber der hat nur Rückkauf, Verkauf der hat ja nur das hier ich will ja schon aber warte mal hab ich nicht noch ok mhm mhm kauf mal das ja komm wir können uns das mal ähm jetzt kann man hier mal verkaufen ähm ähm ja verkaufen oh, Verkaufspreise also ist schon ziemlich wenig so, aber aber das hier ist die Frage was ich damit machen kann was kann ich denn damit machen beim Ernten werden eine der folgenden Boni super lustige Uni mit der Gegend ja erhöhte Sammlgeschwindigkeit was ist und abbauen Werkzeug Sammelwerkzeug Holzfäller wird beim Aufsammeln einer wird beim Aufsammeln einer Karte gebunden ein Abbauwerkzeug das alle sogenannten Fingern ok mhm ja wir werden das zwar noch nicht kaufen vielleicht kann man da gibt es da irgendwie auf der Met irgendwelche Abbaugebiete was ist das jetzt hier oh das jetzt hier machen wir das mal aufrufen zack so aber was ich nicht verstehe ist hier kann ich auch noch hin was ist das hier ok oh von Mann hält ok hm ok ah ok irgendwelche Bäume einsammeln nice hier kann man irgendwas Bäume einsammeln schon interessant hier vielleicht irgendwas ne hier Bäume oh komm geh mal zu dem all das leid der dorfbewohner ist meine schuld oh nein mach dir kein schatz dieser nur west er sagte klipp klipp und klart dass die räuber wieder auftauchen werden aber du kannst sie solche geräubern niemals wiederholen lassen das schluss werden wir ihnen zuvorkommen der feind hat ein lager es befindet sich südlich des hügels lasst uns schräbt hier überfallen drüber besiegen ja nice nice so oh aber das mit dem bergbau habe ich noch nicht mitbekommen wie das funktioniert so wir müssen Geld ranholen Geld wir haben zwar genug aber Waffen sind teuer also das kostet so 5000 ich gehe davon aus das ist das geht noch höher das ist ein kosten noch mehr verursacht hier sind Silber Mengen im Besitz ach guck mal sogar begrenzt 999 Millionen lol Stein der es ist sogar begrenzt ist ja mal lustig so willst du jetzt hin boah also ab in der Hacken los geht's vorhin in der Sonne ja na klar meine Hilfe bester Mann also kann man ja auch abbauen ist die Frage wo man abbauen kann ob es da Abbaugebiete gibt oder ob man das auf der Map finden muss das ist die Frage weißt du was ich meine ups falsches falsche Abteilung boah jetzt muss ich ja richtig reinkloppen 10 da 2 da 12 oh das schaffen wir schon ok also ähm wir sind angekommen so 1 fast komm mal her hier Freunde und ciao und zack nächste oh komm mal her hey und ciao so und die nochmal oh lustig dann nächste pam hey bleib hier liegen zack so habt ihr noch mehr? ja guck mal her, guck mal her oh die sind nix, die gehen weg die waren wir dann zack so die zwei was? waffen! waffen, waffen, waffen ... na hier